und hallo und herzlich willkommen zurück bei Schellung Sela hat uns ja das letzte Mal ziemlich verarscht und uns hier in die Katakombe runtergeworfen und uns damit aber eigentlich ziemlich in die Hände gespielt denn da oben ist der letzte von diesen Puppentypen ich glaube Wispelma hießen die ich glaube es war Wispelma den ich gerade voll in den Schritt gucken kann und ja ich schätze mal jetzt einfach nur noch die drei Schreine zerstören und dann kann es auch schon weitergehen und da haben wir auch schon sicherlich keine Gegner kommen jetzt echt nicht mal zu gut dann halt nicht das ist eine Kiste hier auch noch was habe ich denn da alles übersehen so jetzt aber nein sehr verdächtig würde ich mal sagen sehr verdächtig hier ist nix ja jetzt nein nein nur noch mehr und weg und weg das war's ein paar mickrige Skelette mehr habt ihr nicht drauf so dann kann es ja weitergehen Revolver Munition brauche ich nicht bin ich voll da kommt da kommt hierdurch komme ich nicht also irgendwie irgendwie von der anderen Seite da ran wer ist da alles klar dann gleich mal da ran und baller los und das ist der Plan soweit ich weiß äh noch jemand da auf geht's alles klar midi pack brauche ich nicht hier geht mal was aber wir gucken noch mal weiter denn hier ist das come on und da war auch noch ein Glückskeks ja der can be only wang ja wo er recht hat hat er recht kann ich mir eigentlich wieder was leisten 5.000 vielleicht soll ich den Raketenjörf auch bessern ich weiß nicht zu recht m war ja baums dann könnte ich ihm vielleicht auch mal für irgendwas gebrauchen denn bis jetzt ist der ihr ziemlich Banane muss man mal sagen dann die gebraucht ist nie was nehmen wir multi-launch ach ich versuch's mal nehmen wir das mal wird schon schief gehen aber auch mal an gehabt wie ja we ja das geht ja geht ja Prozent Jaja Popo Mane hat nichts gebracht aber dann können wir jetzt mal der Torpacke ich mich selbst damit ab ist ja auch ganz praktisch so ein Arm ist ab mein Kopf kommt auch noch ich hab Kopf gesagt Jaja ein ne 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 n 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 verbrannte Leiche wunderschön ja toll überall TNT Fässer das kann ja ein Spaß werden ja nehmen wir mit dann machen wir mal auf da hinten habe ich aber noch eine Kiste gesehen aber das ist jetzt mal egal hier wird sicher irgendein Blödsinn durchkommen ja hier kommt ein Blödsinn durch na was geht dann na komm schon, komm schon, komm schon na jetzt halt mich nicht so hin ja und ich mach wieder eine bekackte Drehung na mach, 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 mach oh na ja, hat sich wieder gedreht was ich hasse, wenn sie das machen er dreht sich wieder ach, bist ein Arsch ja, verdammter Gott, ich bin toll und ich ballere alles daneben was nur so geht du mal den Scheiß lassen mit dem umdrehen na komm, na komm alter na dann wieder Raketen da das war's dann das war's dann aber es kam noch immer keine Kampfbewertung, also vorsichtig bleiben aber hier habe ich glaube ich alles das habe ich auch also schätze ich mal hier weiter bei dem Weg, den er mir so schön geöffnet hat ja toll, keine Raketen aber jetzt läuft die auch noch davon toll gemacht, dass du sie auch freigelassen hast oh was kommt denn da? alles angeleitet weg, weg, weg oh oh hinter oh oh und hier kann ich nicht mehr raus holy fuck huch ach, ich hasse diese Mistviecher jetzt haben wir noch mehr ja, warum auch nicht ich habe ja Spaß daran bleibst du steh so jetzt jetzt haben wir auch mal Ruhe oh kamer nein, das war falsch so was kann ich jetzt überhaupt noch machen quick recovery oh 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 sprint speed oh nee ne ne die man hat, die benutze ich sowieso nie rich man naja wir sind fast am ende schätze ich mal also brauche ich geld jetzt auch nicht mehr so wirklich ich Amor Amor also nicht Amor 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 das würde ich sagen Double Damage ja das nehmen wir was liegt denn hier was liegt denn hier doch im Kopf na warum denn nicht aha da hinten ist sie gefällt mir nicht gefällt mir ganz und gar nicht gefällt mir ganz und gar nicht huiuiui ja wer wirft denn hier die ganze Zeit halt denn die Kappe hu au fuck du hui du verpiss dich na komm na komm na komm ich mach wieder meine Drehung fuck fuck ich hätte mich vorher so heilen sollen naja jetzt ist es zu spät mhm ist hier noch was ist hier noch was drin ja Munition die ich nicht brauche toll sonst ne na dann weiter bleibst du stehen schau schau es ist nichts persönlich ich habe nur ich habe hier keine Wahl ja das Spiel gibt es mir vor als muss ich jetzt auch machen man guckt mich nicht so an ich habe hier die Zeit ich habe immer gedacht dass ich Zinn verletzt dass ich EINRA und regle den Schädel Schädel eeons nach eeons ich habe Hoji mit seine Töne mit dir dir dass du Aber Oji erinnert mich, und wenn Enra mir geholfen hat, die Chalice in seinem Stead, Oji mir geholfen hat eine Chance für Enra zu halten. Eine Chance, die ich lange erwartet habe. Aber Oji, auch, hat mich geholfen. Meine Ambition hat mich gewonnen. Ich geholfen habe dir Oji's Phallus-Invention mit dem falschen Schmiel eines Serpents. Er sagte, dass du länger schlappst, nicht für immer. Und ohne deine Träume, unsere Welt begann zu drehen. Das hat Enra nach dem Tempel geholfen. Just wie wir geholfen haben. Das Heilige Gebäude wurde desecratiert durch meine Armour. Ich will nicht. Ich hätte ihn verletzt, wenn es nicht aus dem Zoo gewesen wäre. Der Leal-Dog, die seine Mäste nach Ende zu retten. Meine Schleunze wurden beendet, aber Hoji nicht hätte sein können. In seiner Schmerz würde er sehen, dass unser Weltmüter sterben. Und du schlappst noch immer noch. O.G. hat meine Lust für Macht genommen. Für das kann ich niemanden, sondern mir selbst. Und jetzt Enroh mir gibt es einen Weg, um diese Erinnerung zu entfernen. Eine Schade für ein Warrior. Aber es wird dir helfen, und das ist alles, was wichtig.